Ja, dann darf ich Sie alle ganz herzlich willkommen halten hier im Nürnberger Towerschloss. Sie beide haben sich entschlossen, dass Sie sich heute vor Ihren vielen Gästen hier im Nürnberger Towerschloss das Jahr mitgeben wollen. Liebes Brautpaar, liebe Trauzeugen, liebe Gäste, vielleicht ist es das größte Glück unserer Generation, dass wir unseren Partner nicht heiraten müssen, sondern heiraten dürfen. Mir tut es gut zu wissen, dass wir uns beide ganz bewusst für dieses Versprechen entschieden haben. Das erste Mal, wo wir uns gesehen haben, das war eigentlich auf einem Parkplatz. Wir haben eigentlich gemeinsame Freunde und wir haben uns dann alle dort getroffen auf dem Parkplatz, haben alle gequatscht. Eigentlich war Max mir uninteressant, er hat selber mir mal gesagt, du warst mir uninteressant. Und dann war es dann so, dass der Max nicht mehr mit dieser Gruppe was zu tun hatte, ich nicht mehr so richtig. Und dann irgendwann mal haben dann alle zusammen gesagt, ja komm, gehen wir alle in die Disco. Und dann hat er dann endlich mal geschrieben und dann haben wir uns, glaube ich, den nächsten Tag getroffen und dann zusammen Cocktails trinken gegangen. Das Gute an Max ist, er kann rumalbern. Das mag ich sehr, wenn er immer rumalbert. Er kann aber auch sehr ernst sein und er kann, immer wenn es mir schlecht geht, eigentlich mich zum Lachen bringen. Du bist manchmal chaotisch, manchmal hörst du nicht auf mich, aber trotzdem liebe ich dich. Liebe Frau, ich liebe dich sehr, ich liebe dich. Du hast alles für mich, ich mache alles für dich und ich möchte meine Leben mit dir. Du hast alles für dich, du hast alles für dich, du hast alles für dich. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Leben mit dir. Oh, mein Gott, mein Leben mit dir. Always you and I. Steady as we rise. Be I. Be.. 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 Forever.. Forever.. Mine. Oh, my love, my life. Be.. Forever.. You and I Steady as we rise Be forever mine Be forever mine Be forever mine Untertitelung des ZDF, 2020